Nun kehrt an der Stadtbibliothek ein Stück Normalität wieder zurück. Ab September hat die Zentralbibliothek am Breitenweg wieder wie zuvor wochentags von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Leser und Besucher gewinnen damit unter der Woche eine Stunde mehr im Vergleich zu den zurückliegenden Monaten. Das Lesen von Zeitungen und Zeitschriften und der Aufenthalt zum Lesen und Recherchieren sind bereits wieder möglich. Mit der Rückkehr zu den üblichen Öffnungszeiten fallen allerdings nicht die Hygiene- und Abstandsregeln nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen weg. Auch die Daten der Besucher müssen weiterhin erfasst werden. Alle Besucher sind gehalten mit eigenverantwortlichen Handeln sich und andere zu schützen.